Hallo, mein Name ist Romina Fischbach. Ich bin technische Produktdesignerin im zweiten Dayer bei der Firma Klos. Sicher fragst du dich, was ein Lkw Kipper mit meinem Ausbildungsberuf und der Firma Klos zu tun hat. Das zeigen wir dir jetzt. Klos fertigt Schweißgeräte und Roboteranlagen, mit denen zum Beispiel Lkw Kipper geschweißt werden können. Für jede Roboteranlage von Klos muss ein Layout erstellt werden. So sieht man schon während der Planungsphase, wie die Anlage später einmal aussehen wird. Die Hauptaufgabe eines technischen Produktdesigners besteht darin, Modelle und Zeichnungen mit Hilfe eines CAD-Programms zu erstellen. Dafür müssen alle Einzelteilzeichnungen erstellt werden, nach denen später gefertigt wird. Während der Ausbildung durchläufst du verschiedene Abteilungen und lernst zum Beispiel in der Ausbildungswerkstatt Fertigungsgrundlagen wie Tränen, Pfeilen oder Bohren kennen. Bist du auch teamfähig, technisch interessiert und hast ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen? Dann bewirb dich jetzt!